Ich finde es immer wieder lohnt, den Start eines Raumschiffes zu beobachten, lieber Dakar. Und dieser hier war für mich ganz besonders interessant. Sicher, aber diese Sache hier wird Sie noch mehr interessieren, Mr. Arkin. Was ist das? Eine fantastische Tonbandaufnahme von der letzten Geheimsitzung der Interkosmos. Ich sehe, du besserst dich. Vielen Dank, aber es war gar nicht so leicht, das Mikrofon zu montieren. Lass das Ding laufen. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.